also die kundgebung heute begreifen wir als open mic veranstaltung wer noch uns eine spannende geschichte erzählen möchte wie er den 9. november 1989 verlebt hat herzlich aufgerufen auch zu sprechen kommt zu mir haben wir den nächsten hallo du bist ich bin wadi ich komme aus niederlande und ich meine deutsche scheiße aber ich kann es auf englisch besser erklären go for it we let the evil do evil all this thing was happening is not our fault we are being controlled system in full effect we are part of the problem because we let this happen he say take control of us do this do that and it's one way and one way only is weaponized revolution or else it's not gonna happen we can hug each other to death but without weaponized revolution is not gonna happen not in the near future never so it's better to get up and stand up for your rights and fight for your rights fight thank you very much